Ach, hallo. Hallo. Wollen Sie was kaufen? Zum Beispiel hier von Mama habe ich das. Oder hier Steine und sowas. Goldig, wie viel kostet denn der Stein? Fünf Euro. Fünf Euro habe ich nicht. Nee, dann nicht. Schau mal, 20 Cent hätte ich dabei. Ja, okay. Bitte sehr. So, danke schön. Bitte sehr. Ui, danke schön. Ich will mir für meine Spielsachen mehr kaufen. Oh, das ist ja toll. Okay, tschüss. Mama, ich habe es mir kaum.